Jo Leute, was geht? Willkommen zu Nintendo Direct. Wir hoffen so sehr auf Zelda, Leute. Es geht jetzt los. 5, 4... Ich weiß noch nicht, ob die ganz hochladen, die Direct oder nur Highlights. Deswegen viel Spaß mit der Reaction. Jetzt geht's los. Ton, Rui, Ton. Ton ist sehr gut, okay. Wenn lauter oder leise ist, sagt Bescheid, ja? Okay. Splatoon. Sehr uninteressant für mich. Ich wundere mich sowieso, dass Splatoon immer noch so eine krasse Spielerschaft hat. Dass das so krass supported wird, weil ich kenne niemanden, der das aktiv zockt. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das so eine krasse Fanbase hat eigentlich. Oder? Meine ich das nur. Ist das ein DLC oder sowas? Oder hast du schon wieder ein neues Splatoon? Splatoon 4. Ja, also dieses ganze Splatoon-Ding, die sollen einen richtigen Shooter machen. Dann wäre ich huckt. Aber Splatoon ist gerade, weil es... Es gibt da halt nicht so ein Deathmatch oder sowas. Das wäre halt ganz geil. So alle gegen alle oder so. Du bist halt immer im Team, zumindest das, was ich weiß. Ich habe ja damals die Beta gespielt, Splatoon 3. Das war dann in der Beta ganz geil mit Skoppel und dem Chat und so. Wenn du einen coolen Squat hast oder so, kann das ganz spaßig sein. Aber da fehlen die Modis so. Und dieses immer nur auf Farbe gehen und so. Es ist einfach nicht mein Ding. Schade eigentlich, weil ich echt gerne so einen Shooter hätte auf der Switch, der mir gefällt. Und da gibt es leider nicht so viel. Das ist jetzt ein DLC oder auch schon wieder ein neues Splatoon? Hallöchen. Erweiterungspass? Okay. Welle 2 Erweiterungspass, okay. Ja, I guess, der ein oder andere Splatoon-Spieler wird sich da freuen. Sah jetzt irgendwie nicht geil aus. Moin Donnie, du hast noch gar nichts verpasst. So, let's go. Es ist wirklich Mario vs. Donkey Kong. Es ist wirklich Mario gegen Donkey Kong. Die Leaks sind richtig. Hätte ich ja niemals gedacht. Wer hat danach gefragt? Wenn es einen Multiplayer gibt, spielt das mit der Freundin, aber... Donkey Kong hat alle Mini-Mario-Toys von der Factory. Game Boy Remake ist das. Es sieht echt gut aus. Das muss man halt auch schon wieder sagen, aber... Erweiterungspassion und Aktion sind vital to your success. Nee. Mario needs to reach the key, but he can't quite cross the gap. Aber es sieht sehr niedlich aus. Sehr schön. Also dieses kleine... Äh... Nashorn da unten. Das ganze Movement und so. Es sieht schon... Es sieht echt gut aus. Das muss man schon sagen, ne? Das muss man schon sagen. So springe ich auch immer hoch. Ich springe mit den Händen höher als mit den Füßen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Allein deswegen werde ich es mir holen. It's up to you to recover the toys. Mario vs. Donkey Kong launches on Nintendo Switch February 16th. Mit einem Triple Backflip in den Tag. Was kommt nach der Präsentation? Ne Demo? Oh, das ist richtig cool. Das habe ich schon gesehen. Prinz of Persia. Sehr geil. Habe ich richtig Bock drauf. Habe ich auch schon vorgestellt. Das sieht richtig gut aus. Also das Movement sieht richtig geil aus. Und es sieht grafisch sehr geil aus. Und auch die Kämpfe sehen spaßig aus. Sehr geiles Game. Übrigens, äh... Die Qualität vom Stream ist halt wieder echt schlecht, ne? Es ist wieder nicht HD. Die kriegen das irgendwie nicht hin, Nintendo. Hat er das eigentlich Multiplayer? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht, ne? Ja, das sieht sehr gut aus. Habe ich richtig Bock drauf. Oh yes. Vielleicht sogar für den Stream. 18. Januar, ja. Sehr geil. Sieht übel Fanmate aus, oder? Das habe ich auch auf der Switch vermisst. Ja, was ist das? Also, ein Excite Truck von der Wii Remake. Das hätte ich gefühlt, aber das? Das sieht... Ja, gut. Konami? Oh nee, ey. Da seh ich doch, Rui. Das ist doch dein Ding, Rui. Wenn das ein Indie-Entwickler wäre okay, aber das ist einfach von Konami. Ah nee, nee. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist ganz geil, komm, bring uns mal ein bisschen neue Infos. Super Mario RPG ist zurück mit Updated Graphics. Let's go over some new and returning gameplay features. Time your button presses with action commands to increase damage dealt or decrease damage received. Es wird, ich sag, das Game wird richtig gut. Weil das so ein bisschen oldschool RPG Paper Mario ist. Nur halt ohne den Paper Mario-Look. Das wird richtig gut, sag ich. Oin Jojo. Neun tausend neun und neunundneunzig. Ich hab das, den Super Nintendo Teil nie gespielt, deswegen, da freu ich mich auch echt drauf. Ein Monat nach Wanda. Geil. Ich muss gleich Dreck vorbestellen. Look alive. We're almost there. The Nintendo DS Game, Another Code, Two Memories, returns on Nintendo Switch. Nie gespielt. Craft 2. Nintendo DS Game, Remax Remake, könnte gut sein. Gameplay? Gameplay? Okay. Doch nicht geil. Doch nicht geil. Also für mich jetzt, ne? Aber ich glaub, der ist ein oder andere... Der ein oder andere könnt Spaß dran haben. Es war doch noch ein nichts krasses aus der RPG. Doch. Prince of Persia ist auch geil. Und... Davor war noch was. Journey into Lost Memories. The sequel to the original game is also included. So this is like Juliet, huh? Play both games to experience the full story. Unravel both adventures. Fully enhanced for Nintendo Switch. When another code, Recollection, launches January 19th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Ich will so sehr Zelda shortly after this presentation. Available shortly after the presentation. Dann wird die Nacht durchgemacht. Okay, das Peach Game. Da bin ich auch gespannt, so was, was da so kommt. Es sah auf Hilfe aus sehr gut aus wieder. Sieht aus wie die Vorgeschichte zu 3D World. Ich bin so gespannt auf das Gameplay. Also die Leaks sind bisher komplett richtig, ne? Deswegen können wir schon mal davon ausgehen, dass Weltvoll Prime O gezeigt wird. The Ribbon alone won't always cut it though. So let's do this. Woah, Peach transformed into Swordfighter Peach. By transforming, she can use fantastic show-stopping abilities. Fend off the sour bunch with sensational swordplay. Das hockt mich gerade übel. Can Peach show its performance and its performers? There are more stolen shows to save. Okay, also irgendwie Peach in anderen Outfits hockt mich gerade übel. Meint ihr, das hat ein Multiplay? Schon wieder ein neueres Outfit. Guck dir an, was sie da für Sackklamotten anhat. Gib mir ein DLC mit Cosmetics. Da kaufe ich auch Cosmetics für 20 Euro. So ein Ding. 30 Euro pro Cosmetic. Gibt's auch noch Sexy Peach? Polizistin Peach? 22 März. Ist auch nicht mehr so lang. Halbes Jahr? Re-Doters beginnen auf Nintendo eShop. Shortly after this presentation. A new saga begins. Bei Peach geht Lou ein Herz auf. Nicht nur ein Herz. 6 Heroes to choose from. A young man who fights with sentient puppets. A witch disguised as a schoolgirl to mask her identity. A crime-fighting duo chasing down a mysterious organization. A songstress mech who lost her voice and body. And a king of darkness who was recently reawakened. Select a hero, then follow their journey through 17 interconnected worlds, as they strive to achieve their goals. How the story unfolds is in your hands. Was ist das? The choices you make can unlock different paths. More than ever you were seen in the Sop franchise franchise. Fight in timeline battles. Turn-based combat in which turn order is crucial to victory. Use special techniques to control your order of actions. Or activate Team-comboes, to slay the tide of battle in your favor. Saga Emerald Beyond launches on Nintendo Switch next year. The legendary Raider returns. The first three Tomb Raider games, all with upgraded visuals, are venturing on to Nintendo Switch in one daring collection. As the fearless archaeologist Lara Croft, you travel the world and face off against deadly foes and even jet engines. Climb, backflip, backflip or score dots to perilous quests, spanning different characters and mythologies. Along the way, you see that you will just see the main thing of the castle, that it just ridden into a direction and unraveled mysteries lost to the ravages of time. The main character in universe and the main character reething with every expansions, all with separate still chains, you can also toggle between the original polygon look and the upgraded visuals. Du kannst sogar hin und her togkeln. Von Aspire. Die bringen das doch safe auch auf die anderen Konsolen, oder? Übel. What? This detective's got a second bolt of brilliance. Every great detective starts their day early. This is Rhyme City. A place where humans and Pokemon coexist. The detective duo of Pikachu. And his partner Tim. Tim Goodman. He investigated various cases while searching for Harry, Tim's missing father. Ja, das Game huckt mich halt leider auch gar nicht. Es könnte richtig geil sein. Stellt euch vor, so ein Watch Dogs mäßiges Meisterdetektiv. Pikachu wäre krass, aber so. Das sieht so Sandbox mäßig aus, wie so eine Technikdemo. Welchen Pokémon konnte das verpassen? Nur den hier. Find Harry? Bessere Grafik als Pupu. Gut, das ist halt auch nicht schwer, ne? October 6. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. This game's a real... Toot! Raise your brass for the quirky rhythm game, Trombone Champ. Play the notes in time with the music as best you can. But how you play that horn is up to you. You can use gyro controls to adjust the pitch up and down. Das sieht aus wie ein Fiebertrauen. The controls are pretty unique. And mastering every control scheme won't be a walk in the park. Honk your way through nearly 50 songs spanning various genres. Ich will dazu einen Speedrun sehen. Dazu will ich einen Rockband mäßigen, auf Ultraschwierigkeit Speedrun sehen. Wie da jemand so rumfuchtelt mit seinen Händen. Trombone Champ slides onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Ach du Scheiße. Battle your way to victory in these Nintendo Switch Games. 10 Teams of 3 will duke it out for survival in this online Battle Royale Brawler. Wir hören auch Battle Royale Games raus. Ist das nicht tot? Was? Das sieht nicht schlecht aus. Das ist nicht mein Spielstil. Ich habe Battle Brothers gespielt. Das war halt sehr geil, weil es auch relativ schnell war. Aber das, glaube ich, haben viele Bock drauf. Das sah nicht schlecht aus. Contra! 4-Player-Koop-Mode, das guckt mich halt immer. Das ist halt so besonders bei der Switch. Es ist fast jedes Game Multiplayer spielbar. Wie soll man Dark Souls 2 und 3 rausbringen für die Switch? Das wär's doch. Oder Elden Ring. Oder Diablo 4. Bei solchen Games fragen mich halt immer, wer spielt das? Guck dich auf wieder gar nicht. Also der Grafikstil ist ganz cool, so Octopass-Traveler-mäßig. Aber sonst... Unicorn Overlord. Geiler Name. Was ist das? Neighbor? Das ist Neighbor... Ah, das ist Luigi. Da haben wir's. Ich grusel mich. Das Luigi's Mansion Remake? Remaster? Ganz geil. Ich hab nämlich Teil 2 nie gespielt. Nee, nee. Zwei vom DS. Vom 3DS. Da freu ich mich echt auch drauf. Hab ich nämlich auch nie gespielt. Was halt geil wär, wenn ihr Teil 1 auch remasteren würdet. Von der Gamecube. Dann hättest du 1, 2 und 3 auf der Switch. Menschen 1 gibt's auch auf der Switch. Aber das wär halt geil. Nur zwei gespielt, deswegen machst du elf. Drei musst du eigentlich ausspielen. Drei ist auch echt sehr, sehr gut. alles. Pop! You can stun them with a strobe. Then vacuum them up. You can even grab multiple ghosts at once. In this game you'll find ghosts haunting. A former plant research lab. A broken down clock factory that's full of sand. A mine covered in ice and snow. Wird das Multiplayer haben? Ach guck mal, da ist der rund. Es ist halt so nice. Du kannst alles Multiplayer spielen auf der Switch. Bei Nintendo. Im Sommer erst. Das dauert ja noch ewig. Okay, 25 sind 22 Minuten, so um. Zwei Ankündigungen. Komm bitte in Zelda, komm. Ach Mario. Wenn die Direct R stark bei in Zelda kommt. Einfallsreich. Noch ein Pokémon. Ey, Gen 5 Remaster Remake nehme ich. Werden wir aber nicht machen. Einen Tag nach dem DLC. Auch wenn es wie Karmicin aussieht. Kann man vor bestellen. Ooh. Uiuiuiui. Kann man vorbestellen. Brauche ich beides. Alles. Noch ein neues Amiibo Ja, brauche ich alles Es hilft ja alles, Nix, brauche ich Kommt Zelda, kommt Zelda F-Zero, okay Das war klar, dass was zu F-Zero kommt, aber was genau Neues Game, Remake, Remaster, was What the fuck Es ist tatsächlich das 99 Battle Royale Ich kacke ab Wieso Niemand hat danach gefragt Aber be careful Your Power Meter will decrease If you crash into Pilots or Guardrails If it hits zero, you're out You'll need to avoid collisions And conserve your Power Meter to stay in the race Feeling risky? Spend some of your Power Meter for a temporary speed boost You can also collect Super Sparks Which appear when machines collide To boost up to a special path called the Skyway It's your best chance at bypassing your rivals And jumping into a higher position Complete goals while you're racing To unlock cosmetic options for your machine Also ich meine, es werden übel viele zocken Weil Save umsonst ist Tetris 99 haben auch übel viele gespielt Es ist ein Ein oldschooliges Game Aber ich glaube Direkt heute Komm jetzt bring noch ein richtiges F-Zero raus Komm Ist er wieder erhältlich? Scheiße, ich muss nebenbei glaube ich mal eben Nintendo-Seite aufmachen One little hero One humongous problem Welcome to Vandal City A whimsical land Inhabited by small fuzzy beings Called Yordles After a party gets a little too wild The portals holding the land together Collaps And throw everything into chaos It's up to you And your knitting magic To stitch Vandal City Back together Nicht vorrätig Ach come on Ihr könnt ihn doch nicht in der Direct veröffentlichen Und dann ist er nicht verfügbar Kann aber auch sein Das nach der Präsentation Dann kommt Die Amiibo sind auch noch nicht drin Er kommt vielleicht gleich noch Ist das so ein Ding It takes two mäßig Song of Nunu A League of Legends Story Launches first on Nintendo Switch November 1st Preorders begin on Nintendo eShop Shortly after this Präsentation Let's move into formation Man muss ja der Belegschaft mal was Gutes tun Endlich da Willkommen auf Party Party This tropical resort contains tons of microgames That'll get your body moving In each microgame You'll get into a specific pose Called a form Copy the form shown Then perform the correct action As quick as you can Handmark The microgames will come one after another So look alive Plus up to four players can battle it out in party mode Reach the goal without getting caught by Medusa Freeze Or settle the score in an arena To be the last one posing With over 200 lightning fast microgames And multiplayer modes aplenty Everyone's in for a wacky time WarioWare Move It launches on Nintendo Switch November 3rd Preorders are available now On Nintendo eShop Is no more an anderes Jojo A heroic tale will soon unfold Die haben nur noch 8 Minuten Rui Das wird ganz knapp für Zelda Und ganz am Ende kommt bestimmt Metroid Prime Ich glaub kommt kein Zelda Ich hab große Schmerzen Ich auch hier Jetzt wird's Reh On their journey They'll meet a variety of heroes Who can join their cause This is your home base Known as the headquarters As allies join you Additional facilities will become available You'll be able to tend crops Open shops And more Each hero you encounter Has their own backstory and motivation They may not always get along at first But these conflicts may strengthen Ja so langsam Wann sollen die denn Zelda announce Nächstes Jahr dann Für Switch 2 Die haben das fertig Das liegt bei denen in der Schublade And truth A heroic tale will begin When Aiyuden Chronicle 100 Heroes Launches on Nintendo Switch April 23rd Participate in some pixel perfect play Next stop Octopia Travel to a charming parallel world In this paid DLC for Eastward Help Sam and John turn the pages Of a new chapter As they adjust a country life In a mountainside village Tend to livestock With all culinary delights For your neighbors And restore buildings To help the village thrive And if you're new to Eastward Don't worry You can access the DLC Even if you haven't played The main story Eastward Es hat Charm Ja Also ich find sowas hat Charm Hat Charm Cozy Game In this sequel to Wargrove Charge across three tactical campaigns With valiant factions Including a new mousefolk faction Das auch Hat Charm Moin Xerox Unleash devastating attacks Lead a roguelike offensive In conquest mode Battle friends locally Or online Or create and share your own cutscenes And campaigns Wargrove 2 marches onto Nintendo Switch As a console exclusive October 5th Get out of my way Pre-orders begin on Nintendo eShop Shortly after this presentation Dave the Diver Ich kann es nicht mehr sehen Das verkackte Scheißspiel Ich weiß auch nicht Wieso das so einen Hype hatte Das ist so ein Scheißspiel Kann ich nicht nachvollziehen Hat das von euch einer gezockt Das war übelst im Hype Okay jetzt Aufpassen Augen auf Okay Daisy Stadt Oder wie das heißt Augen auf Leute Daisy Circuit Daisy Piste genau Nicht Stadt Oh Diddy Kong Stop Funky Kong Einfach genau die Leaks Drinnen wie es gesagt wurde Pauline Diddy Kong Funky Kong Let's go Pichette Pichette Vier weitere Charaktere Ich wusste es Scheiße Ich glaube das brauche ich Ich glaube das brauche ich Brauche ich das Something new Is among us Ich glaube das brauche ich Da kommt noch Metroid Prime, Donny. Among Us jetzt nicht mehr auf Raumschiffen, sondern auf Inseln und so. Okay. Eine neue Karte. Wow. The Fungle. This new map from Among Us is free and launches this October. Wieso macht Nintendo dafür Werbung? Wie war es? Vielen Dank für's Zuschauen, dass ich mich sehr interessiert habe. Ich habe verschiedene Titel gezeigt, aber Ich kann's nicht mehr sehen. Mach das weg! Mario Wanda wird geil. Mario RPG wird auch geil. Dedicom. Sehr cool. Versteh nicht. Ja, okay. Das ist sehr cool. Auch sehr cool. Letzte Ankündigung. Es ist Metroid Prime. Save. Nein. Paper Mario? Paper Mario? gamecube das gamecube paper mario was geht ab was was das ist übel the thousand year store oh mein gott dass das beste paper mario die ich hab gänsehaut übel nice wann wenn das doch dieses winter kein zelda verstehe ich aber das ist gut das ist geil ultra gut wirklich so bock drauf hilfe scheiß habe ich da bock drauf ich will das sofort haben bitse sofort verfügbar save eh nicht aber das wäre übeln ist für alle die keine gamecube hatten können das jetzt nachholen komplies bitte nicht so lange warten lassen die werden es bestimmt nicht monat vor wonder die werden es erst nächstes jahr nach peach oder so was bringen die raus wonder oktober november rpg januar peach er jeden monat mario game was da los da was ein riesen von 2004 leute das ist richtig gut kommt bitte nicht so lange warten lassen und nächstes jahr erst ohne datum hat das multiplayer das ist ja auch wieder crazy hey paper mario ist übelst huge wirklich das ist ein richtig krankes schlusswort gewesen ein ich